Live-Radio. Top-Thema. Der Podcast. Dominik, wie noch? Schinkinger ist mein Nachname. Schinkinger. Und woher bist du, Dominik? Ich komme ursprünglich aus Molmansreuth. Das ist ein kleines Dorf im Bezirk Rohrbach im Mühlviertel. Ich wohne aber jetzt schon mittlerweile seit drei Jahren in Linz. Okay, wir dürfen den Dominik jetzt kurz ein bisschen beschreiben, weil ihr seht es dann ja nicht. Der Dominik ist sehr stylisch angezogen. Danke sehr. Und du schaust sehr gut aus und hast da jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Puppen mitgenommen. Wer sind denn die? Was ist denn das? Das sind verschiedenste Barbies aus verschiedenen Zeiten. Die älteste, die ich mithabe, ist aus dem Anfang der 80er Jahre und die neueste ist aus 2022. Aber man kann schon sagen, du bist Oberösterreichs größter Barbie-Freak, oder? Ist das übertrieben? Ja, würde ich schon auch sagen. Wie kommt man dazu, als Dominik aus einem kleinen Kaff aus Rohrbach ein Barbie-Fan zu werden? Ja, die Wurzel dessen liegt in meiner Kindheit. Und schon mit zwei Jahren ist im Fotoalbum ein Foto, wo ich nicht mehr Barbie liege. Ich glaube, dass es einfach daran liegt. Meine Brüder sind einfach zwölf und dreizehn Jahre älter. Das ist ein großer Altersunterschied. Und wie ich zum Spielen angefangen habe, sind sie schon fortgegangen. Und dann habe ich mit Nachbarsmädeln gespielt, die haben Barbies gehabt. Und dort habe ich das erste Mal gesehen und habe gleich gewusst, ich will auch eine Barbie haben. Ja, eine war ja okay gewesen, aber jetzt sind es wie viel? Es sind schon über 5.000. Passt du das in Geld? Ist schwierig zu sagen, weil halt jede Barbie einen ganz anderen Wert hat. Es gibt Barbies, die kaufen am Flohmarkt um 1 Euro bis 5 Euro. Es gibt die Sammlereditionen, wo man ab 100 Euro auffangt bis 500 Euro. Ganz schwierig zu sagen. Die wertvollste? Die wertvollste, konnte ich jetzt nicht einmal richtig sagen. Ich bin jetzt so der Geldmeister. Und ich weiß halt, dass ich ganz, ganz viele Sammlereditionen habe, die ich über 100 Euro eingekauft habe, die aber schon zehn Jahre alt sind und ich jetzt um ein Drittel mindestens mehr verkaufen kann. Die Barbie mit dem größten emotionalen Wert. Gibt es eine, die für dich ganz, ganz etwas Besonderes ist? Sogar zwei. Das ist einmal eine Fashion Fever Drew. Die habe ich zum Zeugnis von meiner Mama gekriegt in der ersten Klasse Volksschule. Und die hat einfach wegen dem einen Wert, weil es eine Belohnung war für mich. Und die habe ich bis heute noch in Ehren. Und die zweite ist eine, auf die ich mal lang gespart habe und die, was ich wirklich überall hin mitgenommen habe. Und beide habe ich mir natürlich gekauft, dass sie wieder schön sind und original bekleidet. Und die beiden, würde ich sagen, sind meine Lieblinge. Und was fasziniert Sie so an Barbies? Die Diversität. Es schaut kein Barbie gleich aus für mich. Viele sagen, ja, Barbie schaut nicht alle gleich aus. Blond, blauäugig. Aber das stimmt gar nicht. Man muss halt genauer hinschauen. Und das Make-up ist immer anders. Die Augenfarbe, die Haarfarbe. Es gibt so viele verschiedene Shades von Blond. Also so viele Blondtöne. Und das sollte wirklich alles sein können. Sie kann eine Sonnenprinzessin sein wie die Goldene da. Sie kann eine Model sein. oder einfach Pilotin, Köchin, Rennfahrerin, Prinzessin. Es gibt ja wirklich jetzt schon allerhand Barbies in allen Formen. Gott sei Dank in allen Formen, weil die Körperform ist ja eigentlich nicht ganz so der Anatomie entsprechend. Dementsprechend, siehst du da einen Trend in Sachen Diversität auch bei Barbies, dass du sagst, okay, das geht jetzt auch in eine gesunde Richtung? Auf jeden Fall. Seit ein paar Jahren gibt es ja die kurvige Barbie, die größere Barbie, die kleinere Barbie. Es gibt auch Barbies mit Hautkrankheiten, schon wie Telegio, glaube ich, sagt man da. Was? Barbies mit Hautkrankheiten? Nach diesem Model, oder? Das dunkelhäutige Model, was so ganz weiße Flecken hat, oder? Die Winnie, ja, genau. Sehr cool. Und auch Albinismus. Sie machen große Schritte in die richtige Richtung. Und deine Barbies sind ja, du bist ja, muss man schon sagen, eine oberösterreichische Berühmtheit, weil man kennt die schon, wenn man jetzt googelt. Barbie-Fan, Oberösterreich, stoßt man auf dich. Aber deine Barbies selber haben ja auch, glaube ich, die sind Social Media auch recht affin, oder? Hast du nicht einen eigenen Social Media-Kanal? Genau. Ich habe auf Instagram eine Seite, die heißt luna-barb-doll. Da poste ich eben immer wieder meine neuen Errungenschaften, wenn ich Barbies umstyle oder einfach Fotos. In letzter Zeit leider nicht so viel, weil ich mein Studium ganz, ganz gefordert bin. Aber ja, es sind sehr, sehr viele Fotos online. Aber wie pflegt man denn 5000 Barbies? Kämpfst du denen jeden Tag die Haare, oder wie kann man sich das vorstellen? Es ist einfach die Arbeit, wenn ich es kaufe, wenn ich es Secondhand kaufe, das waschen, die Frisur machen, Kleidung, die passt, dazu suchen oder die Originalkleidung nachkaufen. Und dann stehe ich in den Glaskasten und hoffe, dass es lange schön bleibt. Aber ein Staubwedel musst du schon ab und zu machen? Auf jeden Fall. Also die, die nicht hinter verschlossenen Türen stehen, also in keinem Glaskasten, die muss man schon oft anstammen. Gerade die Haare nehmen ganz, ganz viel Staub auf. Und dann kommt es halt wieder einmal vor, dass man es zwischendurch waschen muss. Lass uns die wichtigste Frage überhaupt noch stellen. Hast du eine Pfirsichblütenbarbie? Steffi ist ja seit ihrer Kindheit eine sehr stolze Besitzerin einer Pfirsichblütenbarbie. Hast du schon? Leider nein. Nein? Nein. Was würdest du der Steffi jetzt hinlegen für ihre... Wir sind bei Bares für Rares. Was würdest du ihr für eine Pfirsichblütenbarbie bezahlen? Ist das was wert, sowas? Sie ist schon was wert. Man kommt ganz darauf an, wie der Zustand ist, wie die Haare sind, ob sie geschnitten sind oder nicht, ob das Kleid ausgefranst ist, weil das hat ja einen sehr feinen Stoff. Ganz fein, ja. Ganz feiner Tülle ist das mit so einem überdemensionierten Schal, den man dann so drüberwerfen kann, ja. Genau. Ja, ich traue mir jetzt einfach nichts sagen. Ich gab es aber auch nicht her. Das ist so ein emotionaler Wert. Ich muss die Geschichte ganz kurz erzählen. Ich habe es als Kind nie bekommen. Ich habe es mir immer gewünscht. Und ich habe das einmal vor ein paar Jahren im Radio erzählt, dass ich mir immer die Pfirsichblütenbarbie gewünscht habe. Und dann, ein Monat drauf, habe ich ein Paket bekommen von einer lieben Hörerin von uns, die gesagt hat, hey, ich habe die im Keller gehabt und sie verstaubt nur. Ich schenke sie dir, weil ich habe gehört, die ist so wichtig. Und seitdem habe ich die Pfirsichblütenbarbie zu Hause von unserer Hörerin. Und meine Tochter darf ab und zu, bis sie spülen damit. Okay. Na, vielleicht gibt es ja noch einen Live-Radio-Hörer da draußen, der jetzt an dieser Stelle sagt, ach, die Pfirsichblütenbarbie, die müssen dringend weiter. Der Dominik hätte, glaube ich, ein gutes Platz für sie. Würde mich sehr freuen. Live-Radio, Top-Thema, der Podcast.